Und damit herzlich willkommen. Die Aufnahme begann jetzt quasi mit Hau da rein. Ja, wir sind immer noch gut unterwegs. Habe ich dir das Holz gegeben, was ich hatte? Ich glaube, ich muss mir gerade noch... Ich mache mir gerade mal eine Schaufel, falls ich unterwegs noch mehr Bären finde. Wo war nochmal? Schaufel, Werkzeug. Schaufel, Feuersteine. Das sind so Dinge, die will man einfach nicht lesen, dass man die braucht. Feuer, ein Feuerstein ist aber in irgendeiner random Kiste da. Jo, ich habe es gefunden. Aber kann ich auch nicht mehr sehen. Ich habe davon auch die ganze Zeit 40 dabei. Seile. Ah, mein Gott, immer diese Veredelungen, die sind richtig ätzend. Ich nehme nochmal richtig viel Eis mit, by the way. Weil Eis lässt sich ja auch ganz gut verarbeiten. Eis plus Monsterfleisch ist ja trotzdem ein Fleischbällchen irgendwie. Ja, aber Essen habe ich gerade echt relativ viel gelöst. Ja. Dann müssen wir uns halt... Also dann würde ich mich bald um die blauen Kristalle kümmern. Weil ich finde auf jeden Fall geileren Shit. Ja, aber wie war das nochmal mit den Bögen? Bögen? Ja, du wolltest auch Bögen machen, oder? Blasrohr. Ich glaube, feinem Bogen gibt es hier nicht. Achso, ja, Blasrohr von mir aus. Ja, oder wollen wir mal die Riesenbiene fighten? Ich meine, wir wollten ja uns mal mit denen... Aber nee, also wenn wir das machen, dann würde ich halt übelst gerne richtig viel Waffen haben. Also dann entweder super viel, super viel Feine irgendwie zur Verfügung. Die Bären sind schon wieder ab bei den Schweinen. Geil, also ich habe richtig Knast, Junge. Ich bin die ganze... Ich esse die ganze Zeit hier am Limit. Boah, das ist halt Premium, Alter. Dass ich schon wieder absehne, ist halt geil. Ah, der Drehboden kam zu spät. Ich war schon da. So, die richtigen Tage werden kürzer. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, dann, Maxime, lass aber mal darauf hinarbeiten. Weil ich würde halt echt keine Action haben. Und ich glaube, wir können es auch machen. Aber ich weiß nicht, was du an Waffen noch haben willst. Weil so einen Mundstellen oder sowas... Das wird halt nicht hier am Straßenrand liegen, ja? Also, bei den Abbaugebieten ist es so, dass die einfach vom Himmel fallen gerade. Also da kommen wir so einen Meteoritenhagel. Ich glaube, so ein Meteoritenhagel killt einen übelst schnell. Aber, also ich habe schon... Also ich würde gerne Richtung Gräber gehen und super viel Gräber ausgraben. Weil da finden wir halt so Spezialmaterial wie diese blauen Steine. Oder diese roten Steine. Weil wir haben irgendwie einen violetten... Du kannst ja mal bei dem Magic Helm ja mal kurz mal durchgehen. Nee, ich bin gerade unterwegs. Ach so, okay. Weil ich komme jetzt quasi zur Base gelaufen. Kein Bock, ob wir das Bombenloch da zu benutzen. Hannity ist auch nicht gerade am Point. Ja, das geht bei mir. Blumen einsammeln, das ist halt wirklich broken, ne? Ah, hier ist noch ein verstopftes Erdloch. So, ich habe noch mal ein... Nimm immer ruhig die... Wenn du Bärensträucher siehst, ne? Nimm mit. Der hat es halt echt immer noch... Immer noch ziemlich, ziemlich worth. Das war glaube ich auch immer noch genug. Ich könnte da dann noch mal neue Fallen nachbauen. Alter, sei Peter. Bitte geh einfach nach Hause. Oh, Feuerlust. Hm. Kann ich ja mal gerade nicht tragen. Noch eine Fackel. Nee, das macht jetzt alles irgendwie keinen Sinn. Über die Schaufel wieder. Ha, tricky, tricky. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir beide in die Base, treffen uns da. Und dann morgen gehen wir Gräber ausgraben. Ja. Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. Ah, du bist close. Kannst schon mal map-mäßig mal gucken, weil ich bin jetzt quasi nur am Rennen gerade. Ja, ich kann auch noch in die Base. Habe ich einen anderen Weg nehmen sollen, hätte ich nochmal... Wobei Nahrung halt gerade echt fein ist, also das ist jetzt nicht so schlimm. Ah ja, aus deiner Höhle, die du da geöffnet hast, kommt die ganze Zeit scheiße raus, ne? Das ist halt wirklich... Da kommt eine wirklich scheiße raus. Dann wäre das definitiv witzig. Ah, hier sind jetzt schon wieder so viele Sachen, die man bieten könnte. So, Bärensträucher anpflanzen. Oh, das wird ja gut funktionieren. Bärensträucher anpflanzen. Hä, bist du dir jetzt sicher, dass... Ah ja, du hast das Ding da drauf gemacht. Oder mein... So. Noch mehr Häschen, ey. Da habe ich gekriegt Hallizinationen davon, dass ich Hunger habe. Ja. Da habe ich jetzt einfach nur auf den scheiß Kühlschrank, ey. Ah ja, der Kühlschrank ist halt gut gefüllt, Mann. Da freust du dich auf die richtigen Dinge. Okay. Da ist die Arbeit. So. Können wir noch irgendwo feuern? Nee, ne? Äh, doch, wir haben Dünger. Ein normales Ding, ne? Ja, lege ich hier rein. So, was gibt es denn? Erstmal ein Kebab. Ah, Kebab ist halt terrible, ne? Kebab ist halt... Weißt du, das war halt vor Jahren cool. Monster-Lasagne ist nicht so geil, ne? Da verliert man HP oder Sanity oder beides. Äh, beides, aber du kriegst halt Essen wieder. Aber wenn du gerade beides hast, wir müssen es halt irgendwann loswerden, ne? Ja, wir haben noch ein Kebab gegeben. So. So, gehen wir hin? Ah, nee, da ist ja noch was drin im Schmotte. Nice. Klar. Äh, hast du gerade noch Happen dabei? Oh, Feuer? Die Spinne dort, Alter. Die guckt gleich. Kann ich da jemanden... Das ist das erste Mal, dass wir kein Monsterfleisch mehr haben. Das ist ja auch noch was Neues. Doch, ich hab noch zwei. Okay, dann tu mal in den linken Ofen eins rein. Ah, ich töse auch in den rechten. Ich hab noch zwei. Ah, nee, weil bei den rechten ist ja schon Müll. Monster-Müll. Ja, dann morgen früh noch einmal die Hasen abkrasen. Ne? Ja, links ist schon wieder Hasenparty. Ja, oben auch. Überall ist Hasenparty, oder? Dann machen wir damit noch einmal die Ofen voll. Ach, du hast hier nochmal nachgelegt. Ah, guck mal, hier können wir auch wieder ernten. Feldfrucht. Ja, aber das Problem ist irgendwie... Ah, das wächst da. Hast du noch Samen, um wieder nachzufüllen? Nope. Ah, da liegt was. Och, guck mal an. So, aber wo hast du die Scheiße hingelegt? In welche Kiste? In die ganze oben rechts. Ich finde die Blütenblätter hier nur rumliegen, damit sie vergammeln. Ja, sei wirklich so. Wir können die halt echt nicht wertschätzen, aber ich meine... Meine Sadie, die ist auch so ein Ding, was man ganz gut gebrauchen kann. So, das Eis tue ich mal auch in den Kühlschrank. Ist ja auch quasi Essen. Ja. So, wo waren unsere Nieren? Ich nehme das einfach mal Nieren, ne? Also die Spinnendrüsen. Ich glaube, wir haben keine mehr, oder? Was ist das? Das ist Scheiß-Salpeter, Alter. Pistig. So, einmal bitte Hasen fahren. Oh, hier oben ist alles noch da. Ganz ungewöhnlich. Nee, sie brauchen halt wieder... Ja. Es ist gerade vor meinen Augen ein Hase reingelaufen. Du Pasen. Brauchen wir wieder normales Holz, na? Das ist jetzt hier. Da müsste... Eigentlich habe ich noch Holzstücke rumliegen, in einem, der tun. Na gut, aber ich würde jetzt einfach so ein bisschen drauf scheißen. Ich würde jetzt Essen aus dem Kühlschrank nehmen. Ja, aber ich hole jetzt noch einmal die Hasen einmal weg. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Also jetzt sind die eh vergangen, wenn wir wiederkommen, weißt du? Und wir haben ja dann auch genug Scheiße dabei, um halt auch ein bisschen länger außerhalb zu bleiben. Das ist ja auch immer worth. Was? Monsterfleisch? Ja, das ist halt das Ding so, ne? Ich habe halt... Nein! Ach, Mann. Was ist los? Ich habe aus diesem Monsterfleisch gefressen. Also hier ist jetzt eine Spinne halt in die Falle rein. Das war halt überhaupt nicht worth, weil ich kriege halt ein Monsterfleisch und sonst gar nichts. Ja, aber das ist ja normal. Also aus einer Spinne kriegst du ja dann auch nicht mehr. Ja, aber normalerweise kann ich halt, wenn ich zu so einem Spinnending gehe, kann ich halt 10 K. Also ich glaube echt nicht, dass sie feilen für die Dinger lohnt. Ja, also ich habe es quasi getüdelt bei mir und es war total. Gerade gegen die Gelben, weil die Gelben sind einfach schlichtweg asozial. So, hast du nochmal Gold mitgepackt? Ich habe noch 5 Gold, ja. Okay, weil dann kann ich dir noch einen Helm machen. Das wäre jetzt ziemlich worth. Du bist in die rechte obere Kiste. Hä? Ich hätte doch hier... Hä? Ich hätte hier doch zwei Bären und so reingetan. Hast du das schon gemacht? Achso, das habe ich schon zu einem Hackbärchen gemacht. Okay, hast du noch Monsterfleisch? Ja. Aber ich kann es nicht... Dann machen wir hier in den Schmortopf zurück. Achso, ich habe es umreingemacht. Okay. Ja, das wäre das reinste Labrador hier. Okay, ich brauche nochmal Scheiße. Das ist Monsterfleisch. Alter, der Vogel! Unsere Blüten da nur. Machen wir nochmal Kebab? Nee, Alter, gar kein Bob mehr auf Kebab. Kebab ist halt wirklich geboostet. Da kann ich hier einen Hub noch aufhängen. Okay. Ähm. Ja, dann, ne? Ich nehme mal ein bisschen Trockenfleisch mit. Du kannst ja auch... Oh, ich nehme einfach alle mit. Und wenn du was brauchst, sagst du mir Bescheid. Ja, ich habe jetzt nur eine Portion Hackbärchen. Ich mache jetzt noch ein Medikit. Alter, ich habe halt total viel Zeug dabei. Gerade die Anger lasse ich am besten mal hier. Ich gebe das nicht. Ah, vorbei. Ich nehme nochmal mit. Und dann würde ich halt Gräber ausbuddeln gehen. Ja, also ich habe halt insane viel Nahrung. Ich glaube, ich droppe dir mal was. Nee, da, warte. Zack. Zwei ohne Geschenk. Und auf geht's. Auf geht's. Ja, aber Entschuldigung. Ich muss die Zahnräder noch loswerden. Ach so, ich wollte ja noch einen Helm machen. Habe es vergessen. Ein Helm wäre ich da wohl. Also, die Vision hat X machen? Nee, ich glaube nicht. Ach, du hast die Materialien nicht dazu. Ja, ja. Steiner und Gold. Das sind echt nichts, was man mit sich rumträgt. Ruck. Zack. So, aber wo sind denn Gräber? Also, wir haben nördlich von uns welche. Südlich haben wir auch welche. Links von uns. Hinten den da hingelegt. Aber das sind so wenig. Was hast du vor? Wir müssen halt richtig, also, ich meine, je mehr, die spawnen ja nicht, also. Ja, aber ich würde da, ich würde südlich gehen, oder? Nee, nördlich. Nördlich sehe ich vier. Oh, nördlich sehe ich vier und dann nochmal, ähm, ja. Nordwestlich, nochmal vier. Komm, ich mach Reiseführer. Auf geht's. Ja. Oh, geil. Gibt noch nichts Besseres als Hackbeatschen. Ich hab einfach sechs davon dabei. Nördlich, nochmal sechs Trockenfleisch. Genau, und keinen Honig schenken. Könnte ich auch nochmal können. Oh, der ist richtig broken. Oh, yay. Wir sollten hier lang gehen. Ich bin ein scheiß Femmführer. Folge mir, okay. Verlauben. So, hast du Holzarbeit für Feuer? Weil ich bin halt... Ja, ich hab 16 Holz. Okay, aber ich bin da wieder völlig geboostet. Ich meine, ich hab noch eine Fackel, und ich kann mir auch Fackeln machen, aber... Boah, das war's eher. Geräusch war ja übelkrank. Ejo. Aber was liegt hier für eine weiße Scheiße? Ja, das ist trockenlich. Wahrscheinlich ist das auch dünger. Ein bisschen dümmere Dünger. Ja, die kacken ja alles vor. So, hier. Fang ja auszukramen, Junge. Ich hab' ich schon ausgedacht. Was? Ist noch ein Grab, ist das? Nein, hier... Hier, äh... Über uns zur Nummer 3. Aber hier ist auch Spinn-City, oder? Mal, guck mal hier. Also, Kumpels. Sie können das skalieren. Ich töte jetzt. Nein, das ist aber wirklich ja... Während der Tank kommen wir aber zu schlafen. Leider keine Rüstung am Start. Oh. Ich muss die Haupt-Tank-Arbeit übernehmen. Fingere weg. Oh, ein Speer ist kaputt. Hö, ich mache. Geil. Ja, das war ganz ja wie ein goldenen Speer machen, oder? Echt? Da haben die Leute auch in den Kommentaren ungefähr 50.000 Mal geflamed. Oh, der ist, der sagt sie. Oh, okay. Ja, ich kenne das. Guck, Alter. Die Spinne frisst einfach zwischendurch. Wie gesagt, komm ich noch. Ich glaube halt echt nicht, dass ich lohnt, fein dafür aufzustellen. Ich meine, das ist halt so easy. Oh, Wölfe. Scheiße. Oh, aber hier Bären. Wölfe? Bären. Ich meine, ob wir in der Base sind oder hier, macht ja keinen Unterschied. Findest du? Oder? Ja, wir können hier ein bisschen besser kiten. Willst du in die Base? Ich habe noch keine. Ich habe keine. Kannst du keine Feuer machen? Weil jetzt wird es dunkel. Ja. Aber nur so ein Holz-Kackfeuer. Ja, ist egal. Ich habe keine Steine dabei. Okay. Also, ich tank die. Du fickst die. Ist noch mal was? Macht dich voll. Also, ich bin... Ich habe alles Max, Alter. Das ist halt gerade Premium. So, ich habe jetzt noch eine Rüstung gemacht. So. Ah, ja, ja. Das Feuer ist nicht gut. Das müssten schon die mit Feuer sein, die jetzt kommen, ne? Ah, mein Rucksack. Oh. Das ist nicht gut. Okay, erst dann. Wann wir Sachen kommen? Nee, können nicht, ne? Also, ich bin noch dazu gekommen, ist nicht so geil. Ja, ich tank. Ah, nee, du schenkst, dass mich nicht tanken. Okay. Du musst das ins Feuer tun. Ich habe leider nichts zum anderen. Äh, hier kommt gerade nicht. Oh nein, unser Bärenforschen. Okay. Kannst du den Bärenforschen? Okay. Ich glaube hier... Wir müssen ja gleich rausrennen, na? Aber nee, wir müssen die Sachen aufgefangen. Er weiß, was... Nee, wir können ja nicht mehr anfassen, das wohl. Doch, doch. Das tut ein bisschen weh. Das habe ich leider ein bisschen verkackt, so. Na, das tut ein bisschen weh, aber... Kommt jetzt schon. Du bist über Lagerfeuer. Du bist eine Seite. Aber... Unbezahnen. Wir haben richtig viel Asche. Lass uns darauf einigen. Wir haben verdammt viel Asche. Ich muss sagen, du hast es so ein bisschen mit Waldbrennen, ne? Ich sag mal, ich habe extra kein so großes Feuer gemacht, aber der Rucksack war quasi das Problem. Also ich gehe jetzt hier raus. Ja, hier ist noch eine goldene Spitzhacke von dir. Die sollst du halt echt aufnehmen. Nee, ich habe lieber den blauen Stein. Dafür hat es schon gelohnt. Okay, okay. Ja, es hat sich auch so gelohnt. Von mir müssen wir ja nicht wegrennen. Ich weiß nicht, wovor du jetzt Angst hast. Ich muss erst mal meinen Base-Kit überprüfen, weil ich kann gerade... nichts machen. Aber wir sterben ja häufiger durch Dunkelheit und so weiter. Das heißt, ich muss erst mal einen Rucksack machen. Okay. Ja, ich muss sagen, da der Rucksack abgefuckert ist, das war schon ärgerlich. Ja, ich brauche Äste. Hast du Äste? Ja, ich brauche viel Äste. Gehen wir mal ein paar. Da. Drop. Einen Rucksack, bitte. Ja, ich glaube, ich habe da nichts Sinnvolles drin gehabt. Die goldene Spitzhacke sollten wir uns aber schon wiederholen. Meinst du, die verbrennen nicht? Nee, die ist nicht verbrannt. Ich habe es ja gesehen. Ich glaube, da neben. Ich denke... Guck mal, dann du lieber, ob du aus Gold den Speer machen kannst. Ich glaube, du kannst den Gold den Speer machen. Na gut, gerade ist das. Gerade ist oder anders? Guck, dann ist das... Also, der Power-Einwürde ist ja komplett free. Lass mich das alles nehmen. Da eben Slot. Glaubt, wir sind. Aber dann gibt es dir alles von mir. Ja, oder so. Na, Leute. Jetzt haben wir es. Nee, du hast dir gegeben. Alter, es brennt hier immer mehr, ne? Ich rette die Scheiße. Armspinnen, ne? Irgendwann, wie die... Ja, vor allem hast du halt schon wieder... Weißt du, immer, wenn wir viele Spinnen-Camps haben, fuck jetzt so ihr habt. Oh, man. Das ist ja echt. Ärgerlich. Das ist ja echt. Manchmal... Ich bin eine besondere Erfahrung mit dir. Mann. Ich war so gerne hier oben. Hier hat es eine goldene Spitzacke... Gretten. Wenn du einfach ein Feigling bist. Nee, ich habe ja noch eine. Ich habe sie. Das war aber hier ganz wichtig, Brandon. Oh, ich habe Frische. Oh, mein Gott, den Arm. Sorry, Leute. I'm dying. Das ist eine Spinne. Die knuddelt sich an den Baum. Und der Baum fängt an zu dampfen. Also brauche ich Holzkohle oder nicht? Soll ich die Holzkohle aufsammeln oder nicht? Ja, ja. Holzkohle ist immer gut. Okay. Also ich versuche gerade den Waldbrand so ein bisschen zu verhindern, indem ich halt eine Grenze telle. Aber das geht nicht wirklich gut. Ja, willst du mal hier hochkommen und die... Ich sage, ich kann da nicht hoch, das ist halt brutal... Also wenn du willst, kannst du das machen. Ja, ich habe keinen... Aber ich habe hier keinen Weg, wo ich keinen Feuerschaden bekomme. Okay. Ich sage, du bist manchmal echt... Krassarbeit... Oh, Brandstifte, Alter. Ja, das ist brutal, was hier passiert ist. Rein guckt sich einfach nur um und denkt, jo. Ich werde gleich richtig gut duften. Also ich habe sieben Spinnentrüsen. Ich habe sieben Netze. Ansonsten. Ja, hier liegen auch noch welche rum, aber... Mein Kumpel hat zu viel Angst vor Feuer. So. Ja, goldener Speer ist auf jeden Fall gleich noch eine Option. Oh mein Gott, ist diese ganzen Schweinedinger auch abgefackelt. Das ist nochmal Seide. Willst du wenigstens hier hochkommen? Komm. Ja, hier komme ich jetzt. Aber ich habe gerade einen kleinen Back. Wir kriegen gleich ein Temperaturproblem, glaube ich. Ja. Kannst du mal die Seide da oben noch einsammeln? Das wäre ja super. Okay, Alter, du fackelst... Ach, die Spinnhäuschen sehen ja geil aus. Wie es fackelt halt... Der ist ein bisschen... Der ist ein bisschen abgebrannt. Alter, du hast einfach... Wie gern so... Alter, hier oben ist alles tot. Aber wir haben richtig viele Hundezähne da noch. Die müssen wir auch alle mitnehmen. Ja, ich habe ja keinen Platz mehr gehabt, aber du wirst das gerne machen. Aber Halla, mein Arsch, Alter. Komm her. Das Problem ist diese... Das Abrennen ist die beste Mechanik, Alter. Ja, wenn du das sagst, wundert mich nicht. Also ich finde es... Ich finde es hier gerade ziemlich gut. So. So. Und dort gibt es ein paar leckere, geröstete Beeren. Beeren? Beeren? Alter. Ja, hier die gerösteten... Alter, hier sind wieder richtig viel, was ich kochen kann. Ja, ich komme einfach sofort los, ne. So, jetzt... So, der Geiz. Und ist da Fleisch. Alter, nördlich brennt es immer noch. Es ist noch nicht mal over. Ne. Weil ich das Schlimme ist, da ist noch ein Spinnencamp, was ich jetzt verabschiede. Damn. Die gehen ja aber brutal nah aneinander. Du hast halt aber auch wirklich wieder zugeschlagen, ne? Ja, ich wollte uns vor der Dunkelheit retten. Ja. Und dann wollte ich mich selbst retten, indem ich ne Rüstung mehr mache, die auch echt worth war. Aber der Rucksack lag so nah an dem Nagerfeuer. Es ist halt wirklich... Also als Brandstifter bist du halt wirklich ne Gefahr für die Menschheit. Wir müssen auch nicht mehr mit Holz heizen. Wir nehmen Holzkohle, ist eh besser. Ja. Geil, unsere Beerenbischer haben das erste Mal abgeworfen. Nice. Ich komm dann auch irgendwann dazu. Ja, lass dir Zeit, ne? Ich mein... Ich one-stunde hier die Bäume grad alle. Das ist halt GG. Ich hab so viel geholzkohle. Du bist halt echt ein Unikat, sag ich mal, ne? Das ist halt trip. Und die Spinne, die hier rumläuft, ist einfach rum mit Panik. Boah, das verliert. Das ist kein Zuhause mehr. Wenn alles brennt. Genau. Das war das Eis, nehm ich nochmal. Das Monsterfleisch. Oh, da nehm ich den dafür kurz raus. Mal das so rum. Machen wir hier noch ein Monsterfleisch rein. Denkt alles nach, ne? Ja. Mal machen wir mal Holzkohle. Hier war trotzdem noch ne Fackel. Jetzt ist das hier einfach zu dunkel. Eis ist halt einfach Premium, ne? Das ist einfach ne Zutat ersetzt, obwohl es so sinnlos ist. Ist halt einfach geil. Ja, Eis ist wirklich GG, ja. Eis ist wirklich einfach bester Film. Das GG. Ja, ich hab's jetzt wirklich mit Holzkohle hier. Was soll's, ne? So, und jetzt muss ich mal gucken nach einem goldenen Speer, sagst du? Ich kann keine goldenen Speer machen. Vielleicht stehe ich falsch. It's so dark. Was tue ich denn gegen die Dunkelheit am besten? Ja, ich fucke einfach ein fucking Hammer. Nein, weh, du fucke jetzt nochmal alles ab, Alter. Irgendwann ist ja auch mal so. Wenn ich nach Norden geht's halt nicht mehr. Aber es ist scheiß hell. Schuppen. Ähm. Ah, eine Zahnfalle. Okay, dafür brauchen wir die Hundezelle. Die haben wir ja. Ne? Die hast du ja... Die hab ich... Ich hab vier Stück gerettet. Exzellent. Also, bei aller Liebe, ich find keinen goldenen Speer. Du musst halt... Kannst du aus dem... Wenn da noch nicht verschimmelte Blätter sind, kannst du da so einen Kranz bitte machen für mich? Oh, es gibt einen Kampfsper und einen Einsperr. Äh, war das? Kannst du mir so einen Kranz machen aus den nicht verschimmelten Blättern, die da noch liegen? Ne, ich wüsste noch vorne. Weil meine Sanity ist super gering. Hier ist leider nur noch Vollnis. Wir haben noch zwei alte Blütenblätter. Du hast den Helm gar nicht angezogen, den ich dir gemacht hab? Ich hab noch gar... Ne, hab ich nicht. Der liegt hier einfach in der Bates. Weißt du, dass du mir einen machen wolltest? Ja, der liegt hier auch. Ja, den hab ich nämlich genommen. Nicht bemerkt. Also, ich weiß, dass du mir einen bauen wolltest, aber... Ich mein, du hast zwar dafür dann, ne, die Rüstung bauen müssen und damit einfach alles abgefackelt auf dieser Welt, aber... Äh, beides ist ja auch gut. Ja. Alter, der Wald. Du bist halt einfach ein guter Typ, Alter. Der Wald, das sieht aus. Ich komm in die Basis zurück und hab 80. Ohle. Ja, der ist halt einfach brutal. So, die Bärenbüsche lohnt sich hier mittlerweile echt. Also, wir haben halt so viel Essen. Ich will halt jetzt wirklich fighten. Also, ich hab das Gefühl, es läuft halt gerade einfach so gut. Ja, dann, äh, pass auf. Du kannst aus den Netzen, du willst einen Boomerang machen. Du hast den jetzt ja dabei, ne? Haben wir dort? Wir haben noch welche in der Base. Ja, kann ich gleich mal gucken. So, da kannst du einen Boomerang machen und Vögel jagen. Mit den Vögeln machen wir Federn. Okay, dann. Den wäre ich auch. Okay. Dann koche ich noch einmal hier, ne? Ich mein, du, aber du kommst ja zur Base, ne? Ja, ich kommst zur Base. Oh, ich hab keine Happen mehr. Du musst irgendwie Szenen, die wir kriegen. Das ist mal was. Wie ein Blümchen in unserer Base. Aber Essen beruhigt ja auch. Ja, und Essen gibt's ja. Also, Essen ist wirklich... Wie sind Essen Main? So. Fäulnis. Achso, ich steck mal die Fäulnis. Ich mach hier oben rechts wieder die Fäulnis. Ah, das sind nur zwei Blümchen. Ja, die sind nur das. Naja. Kannst du vergessen. Oh, guck mal hier. So, man platzt jetzt immer den Helm mit, ne? Sonst vergisst du das wieder und dann weinst du wieder. Ah. Na, fünf Fäulnis. Wobei die fünf Fäulnis nicht hat. So, wird's auch mit dem passieren, ne? Vor Fäulen werden sie nicht. Äh, ja. Du willst jetzt Bummerringe bauen? Bummerringe? Nee, pass auf. Ich mach jetzt einen krassen Sperr. Das heißt... Aber... Ich brauch Seile. Ah, dieses Vieh hier, ne? Machst du... Du machst einfach einen ganz normalen Sperr, weil ich seh keinen Gold-Sperr. Also, die Leute haben gesagt, dass du so etwas machen kannst. Weil dein Charakter kann das... Ja, ich kann so einen Special-Sperr machen, jo. Ja, dann mach den doch. Ja, mach ich gleich. Ich glaub, aber den hab ich auch die ganze Zeit gemacht, aber sonst hätten sie's ja nicht gesagt, ne? Ja. Also, wahrscheinlich hab ich's nicht gemacht. So. Aber den kannst du vielleicht doch für mich machen, ne? Ja, den kann ich 100% auch für dich machen. Aber ich hatte was eben... Ja, dann gib mir mal das Gold, muss man noch fahren? Man muss hier rumliegen, oder? Ja, das Gold war legit im Rucksack. Ja, drei Gold haben wir. So. Waffen. Also, ich kann Kampfsperr machen. Ah, ja. Ah, ja. Der ist besser. Ah, den kann ich dir aber jetzt nicht nochmal machen, weil wir kein Gold mehr haben. So, ich leg dir hier nochmal meine ganzen Spinnentrusen rein. Dann kannst du ja nochmal... Du hast ja Asche. Hab ich gehört. Ne, so viel Asche hab ich nicht, bürzigerweise. Es ist halt nicht mal was übrig geblieben, was hätte Asche sein können. Du hast ja fast so einen krassen Waldbrand gemacht, dass selbst das nicht geht. Halt wirklich... Ich hab ein Asche gehabt. Und das war's. Ein Asche. Du bist halt echt, echt, echt brutal, was das angeht, ey. Beeren. Monsterfleisch. Das soll nicht er machen. Äh, zwei Beeren. Doch. Oh, Drüsen haben wir hier richtig viele. Ja. Wir haben auch richtig viel Schimmel. Den Schimmel können wir übrigens draußen lagern. Ja, ja. Ich hab den nächsten Sack hab ich auch rausgelegt, aber der war noch drin, sag ich mir. Ach, komm. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Es ist halt einfach nur Essen Paradise. Aber deswegen denke ich mir halt, ich glaub wir sind halt gerade um in League of Legends Jargold zu sprechen, über der Goldkurve. Äh. Ich bin gut dabei. Und sollten deswegen halt engagen. Ne? Hart zuschlagen. In der Phase, wo wir noch können. Okay, ich muss erstmal hier die Witz zur Ordnung betreiben. Oh, du. Okay. Boah, wir brauchen mehr Kisten, Mann. Für mehr Kisten brauchen wir mehr Holz. So viel Holz hab ich nicht mal dabei. Ah. Du musst halt nochmal hacken, ne? Damn. Ja, so. Unser Kühlschrank ist auch langsam voll, Alter. Das ist halt, das ist halt richtiges First World Problem. Ich hab acht von den, oh, ist da noch was ist? Ich hab einfach acht von den, äh, Fleischbäckchen drin und hab trotzdem noch genug gehabt, um dir auch noch ein paar dahin zu legen. That is right. Let's just do good. Oh Gott. In the middle of the good. Okay. Äh, auf geht's. Ah ne. Wir warten auf die Nacht ab und dann... Oh, was machen wir dann, ne? Oh, die Frage. Also ich werde auf jeden Fall... Da. Ha? Aber erstmal geh ich zu dem Powerhelm und mach mir... Da. Da, guck mal, ich mach mir das hier. Look at this. Ja, ich, 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 äh, ernte gerade. Soll ich dir mal, soll ich dir mal zeigen, wie man... Also du wirst jetzt gleich eher Nacht, Nacht, Nacht sterben. Aber, bevor das passiert, möchte ich, dass du noch etwas siehst. Ja, dann komm mal zu mir. Ja. Guck mal, guck mal, das hier. Oh shit, der ist weggeflogen. Okay. Wie cool. Mein Gott, das hat einfach mein Mind geblaut. Was hat dein Mind geblaut? Pass auf hier. Ah. So, jetzt, was auf der Vogel da oben. Ja. Oh, das ist cool. Siehst du das? Wie viel verbraucht der? 5 Prozent. Ah, das ist ja nichts. Nichts. Ich brauche so ein Ding. Brauche ich so ein Ding? Deswegen, deswegen, ich bin keinem blauen Stein mehr. Ach so. Ah gut, dann bist du jetzt endlich mal ein nützlicher Supporter, ne? Ah, ich würde aufpassen, was du sagst. Aber ist okay, ist okay. Ja, ist okay. Immer nochmal ein Kebab. In der Not frisst der Teufel Kebab. Ach, was soll jetzt kommen? Oh, zwei Kebab. Da. So, Trockenfleisch. Und dann würde ich sagen, was machen wir morgen? Riesenbienengal? Naja, was auch immer wir morgen machen, seht ihr morgen bei Maxim. Montag bei Maxim, Dienstag wieder bei mir. Ihr kennt das Spiel. Tschüss, bis bald. So, wie immer wir trotzdem, das Spiel ja noch mal mit dirksam Secondly. Also, wolfenди macht esig.